Hallo, hier ist der Martin von Manimankies, das ist die DAX-Analyse für Donnerstag den 27. Juni 2024 und jetzt wird es langsam spannend, denn jetzt ist unser Bär hier ins Tanzkostüm reingeklettert und macht sich schon mal warm. Und die Bewegung zum Mittwoch muss man schon als bedrohlich einstufen, weil sie von der Dynamik, von der Schlagkraft durchaus an unsere Orientierungswelle rankommt. Die wir ja hier seit ein paar Tagen immer wieder in den Mund genommen haben, weil sie eben hier so eine 700-Punkte-Welle vorgibt, an der sich der Markt eben nochmal nach unten orientieren würde, wenn er jetzt diese Flagge oder was auch immer das für ein Muster werden soll, nach unten auflöst. Und jetzt haben wir hier von der Konstellation her A, auffallend starke Dynamik auf der Unterseite und B, ein neues Tief aus Tief. Also ich sage mal, wenn er das nach unten auflösen will, dann wäre das wohl jetzt die beste Gelegenheit dann auch zu machen. Er hat auch die 1880 mal ein bisschen nach unten gerissen, aber wieder, ihr habt es gesehen, er hat es wieder 1860, wieder 1880 den Bereich verteilt, ist schon die ganze Zeit. Das ist ja seit eh und je unsere Supportzone. Und auch jetzt wurde es wieder hochgedrückt und auch wieder hochgedrückt in die 18150, 18120. Ne, nicht 18120, sondern 18200 meine ich. Und das wird für mich so wie jetzt ein bisschen die Knackpunktbarke. Und ich würde das, also blöd als es klingt, einfach hier wieder handhaben, wie die ganzen letzten Tage. Denn auch wenn wir den Tagesschuss angucken, der ist nur marginal tiefer als die ganzen letzten Tage. Das sind jetzt hier, keine Ahnung, 20 Punkte. Was macht das aus? Hier haben wir geschlossen 78. Hier haben wir geschlossen, naja, sind nicht mal 20 Punkte. Also von daher, er hat jetzt erstmal nichts anderes gemacht. Aber man muss eben auch sagen, von der Bewegungskraft, die hier drin erscheint, scheint er noch definitiv hier jemanden im Bärenkostüm drinstecken zu haben. Und deswegen sollte das zum Donnerstag sehr interessant werden, denn Donnerstage haben ja oft meistens die größte Gewalt innerhalb der Handelswoche. Oft auch die größten Umsätze. Und deswegen ist hier jetzt ordentliches Programm möglich für den Donnerstag. Ich sage mal, aus rein charttechnischer Perspektive, wenn man jetzt wirklich mal einfach nach Lehrbuch geht, müsste man hier jetzt wirklich eher eine Warnung nach unten aussprechen. Einfach aufgrund der Konstellation. Wir haben eine Abwärtsbewegung. Wir haben Dynamik nach unten gesehen. Wir haben eine Erholung gesehen. Die Erholung ist recht träge. Sie hat etwa 50% auskonsolidiert. Vielleicht sogar 61. Da müsste man nur ein Fibo ziehen. Und stößt jetzt hart nach unten. Wir haben nach unten gesteigen. Wir haben ein tieferes Tief gestoßen. Wir haben einen ersten Rücklauf gebildet. Würde der jetzt weitermachen, würde der jetzt eine zweite Welle nach unten rausstellen. Und die zweite Welle, die würde schon deutlich unter die 18.000 gehen. Und auch ein neues Tief hier, ein neues Monatstief generieren. Ja, weil sie sich schon alleine die innere Welle, diese, also wenn hier jetzt noch eine zweite Abwärtswelle im Kleinen kommt, würde die sich ja mindestens erstmal an der ersten orientieren. Und wenn sie die nochmal nach unten repliziert, dann sind wir schon alleine im Bereich um 17, 9, 6, ohne dass ich es jetzt genau abtrage, jetzt einfach nur in die freie Schnauze gezeichnet. Also da wäre definitiv Platz auf der Unterseite jetzt da. Und wenn er die dann wirklich ausspuckt, nochmal das Ding nach unten stellt, also dann reden wir hier wirklich über, wir haben von, na, komm mal hier, hier, komm, wir nehmen unsere Kätzchen, wo sind sie denn hin? Wo sind die Kätzchen? Wo ist hier? Alles hier ein bisschen kleiner als sonst, hier mit meinem Ersatzgerät. Das wäre ich nach dem Seminar aber mal umfummeln. Bis dahin müsst ihr noch mit dem komischen Format hier Vorlieb nehmen. Weiß auch nicht, wer sich sowas einfallen lässt als Bildschirmgröße, aber ist egal, mir ging es darum, dass meine Festplatte hier reinpasst, damit ich die Daten gerettet kriege. Und das ist gelungen. Das ist erstmal gut. So, jetzt nochmal. So, jetzt aber back to the topic. Wir hängen hier das Kästchen rein und hätten demzufolge nach Platz bis in die 6,50, 17.000, 6,50, wenn die Fälle, wenn er die Fälle, wenn er die Welle vollkommen ausspuckt, ein bisschen drüber vielleicht. Ja, also hier Bereich um 17,6, 50, 17,6, 60, 70. Das wird interessant. 27 haben wir auch noch ein offenes Gap. Also das wäre machbar, wenn er wirklich auf die Kacke haut. Das wäre ein Würstkästszenario für den Donnerstag. Ich glaube nur nicht, dass es kommt, weil es ist halt unser DAX und unser DAX ist halt einfach, was sowas angeht, eher derjenige, der auch immer ein bisschen, keine Ahnung, neue Kreide holen war im Unterricht. Der hat das nicht so alles gelesen, was in den Trading-Tagebüchern, oder was heißt Tagebüchern drinsteht, was in den Trading-Büchern drinsteht, in der offiziellen Lektüre, die es so im Handel zu kaufen gibt. Und er macht halt viele Sachen oft auch gerne mal ein bisschen anders. Und aus so einer Konstellation heraus, der man ja trotzdem noch recht hoch steht, wäre es ihm auch einfach zuzutrauen, das hier als Bärenfall dazu gestellt zu haben, unten das tieferen Tief gestellt zu haben, und dann auch wieder hoch zu rennen. So wie wir es den ganzen Tag gesehen haben. Guck mal, wir haben ja auch schon am Dienstag hier so einen harten Schnitt so nach unten drin gehabt. Auch der war tiefer als davor. Auch der ging schon einen Tag tiefer und zack, stand er wieder höher. Und auch wenn wir hier in ein bisschen Richtung 400 grüne Linie gezählt hatten, die Bedingung, die es war hier eben noch über das Hoch drüber steht, das hat er erfüllt. Er ist ja drüber gekommen, er hat ein neues Hoch gesetzt. Und von daher würde ich wirklich oberhalb von 18.200 einfach komplett vergessen, was hier gewesen ist, und dann wieder nach oben. Das gleiche Spiel einfach wieder durchspielen. Dann soll er halt wieder in die 260 reinlaufen, über 260 kann er wieder in die 300, 335 Sprünchen laufen und dann eben wieder die grüne Linie anpeilen. Und die ist jetzt immer noch im Bereich um 18.400. Und dann macht er dann auch. Dafür kann man sich auch ein, zwei Tage nehmen und dann von da oben kann man wieder runterkrümeln. Ja, und von daher muss ich sagen, aus technischer Perspektive, aus analyseseitiger Sicht, das ist vielleicht bescheuert formuliert, aber ihr wisst ja, was ich meine, oder was ich sagen will. Müssen wir hier klar nach unten analysieren und wirklich sagen, ey, hart, short und kommt, zieht das Ding auf 700 Punkte hoch. Aber das ist halt der DAX. Ja, und von daher würde ich einfach sagen, okay, ja, wir können ihn shorten, wenn wir nach unten Druck kriegen, wenn wir Dynamik sehen. Ja, auch gerade die Dynamik, da sollte man mit Long ein bisschen fort sein. Also wir haben auch unsere Elisa heute aus dem Short weggelassen. Nicht, weil mir das nicht gepasst hätte, Long zu gehen, sondern weil die Dynamik deutlich war auf der Unterseite. Das tut nicht gut, wenn man da in so eine Kerzen Longs reinfummelt. Das bringt einfach nichts. Da guckt man dann erstmal die nächste Viertelstunde im Minus zu, die nächste Stunde oder vielleicht die nächsten paar Tage, weil die Position nicht eine Sekunde ins Bus gelaufen ist, weil man gegen den Trend handelt, weil man gegen die Bewegung, gegen die Dynamik macht. Das macht man nicht, so handelt man nicht. Und deswegen, wenn so eine Dynamik kommt wieder und so ein Druck nach unten kommt, würde ich in jedem Falle hier vielleicht sogar auf der Short-Seite versuchen, Chancen noch zu suchen, so lange liefert. Und dann muss man wirklich sehr, sehr genau hingucken. Was passiert da, wenn er dann nochmal unter die 1860, wenn er nämlich hier wieder nur so einen Stich drunter setzt und so 10, 20 Punkte da drunter macht und er dreht dann direkt um, haut eine grüne Stundekarte hin und ballert die ganze Strecke wieder zurück und dann steht er am Abend oder am Freitag hier oben an der 400. Was macht er dann? Ja, und von daher dann ein bisschen vorsichtig. Und auf der anderen Seite, wenn er hochkommt, würde er wahrscheinlich auch wieder fahren. Das müssen wir jetzt erst mal so in Kauf nehmen, lassen den dann noch ein bisschen zappeln, soll er halt seine Juni-Karten sich auch fertig basteln und dann gucken wir uns das für den Juli nochmal an. Aber rein von der Bewegungsamplitude her, so ist schon unten Risiko da. Das darf man nicht, ich darf das als technischer Analyst auch nicht wegreden, aber man muss eben hinzufügen, es ist der DAX. Der DAX ist sowas nicht unbedingt der Profi, es ist alles akkurat und genau zu machen. Ihr kennt das von SKS-Formationen und von vielen anderen Sachen auch, wo der DAX oft mal etwas irgendwie ein bisschen anders macht und aber am Ende dann trotzdem irgendwie und hier sieht man übrigens auch wieder einen. So, gar nicht so. Oder haben wir drüber gesprochen? Der hat die unten angerissen, ist die hässlich zurückgelaufen? Ja, Schulter, Schulter, passend, Kopf und sogar voll das Ziel durchgesetzt. Haben wir darüber gesprochen? Doch, ich glaube, wir haben darüber gesprochen. Hatten auch hier unser SKS-Ziel? Doch, ich glaube, oder? Hatten wir. Haben wir gemacht. Aber, Punkt. Ist nur ein Beispiel. Eben, DAX oft alles irgendwie ein bisschen merkwürdig oder anders und hier wäre ich jetzt eben auch vorsichtig. Ich weiß, für eine Flagge für mich schon fast lange geht halt. Und wenn das so aufgebläht ist, dann ist es schon fast irgendwie wieder ein weiterer Keil als Abschluss oder ich würde oberhalb von 18.200 bis ich eher nach oben orientieren. 260, 300, über 300, 335 rechne ich eher mit einem Anlaufen von 400 und wenn der jetzt hier aber auf dem Stresslevel bleibt und wirklich nach unten spuckt und schlägt und rote Kerzen, dann darf der auch wieder unter die 18.000 runter. Und das kann er auch. Das kann er schaffen aus der Konstellation heraus. Klar. Auch wenn es nicht unbedingt üblich wäre. Ihr würdet das eher typisch sehen, hier jetzt nochmal unten ans Tiefrand zu stechen, grüne Stundenkerzen und dann von nach oben wieder komplett durchzublasen oder gleich direkt. Gleich direkt wäre noch einfacher. Ja, hier direkt durch. Okay, gut. Ich mache hier zu, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann, ja, heute ist Mittwoch. Morgen mache ich nochmal eine Analyse, genau. Morgen Donnerstag für den Freitag und Freitag ist ja dann schon Börsenbesichtigung. Dann sind wir in Frankfurt, gehen wir mit den Seminarteilnehmern schon aufs Parkett, schimpfen mal mit dem DAX ein bisschen vor Ort, gucken uns den mal live an, wie ihr tickert und klickt und dann gibt es Samstag, Sonntag Seminar. Ich weiß noch nicht, wie ich das dann schaffe mit der Analyse für den Montag. Muss ich mal gucken, vielleicht machst du auch im Auto. Ich gucke mal, ich gucke mal. Sag ich, ja, nee, muss ich euch eigentlich auch nicht Bescheid sagen, ihr seht es eh, wenn es kommt. Ja, wir hören uns ja morgen nochmal von, naja, gut, alles gut, bis morgen, tschüss, viel Erfolg zum Donnerstag.